Herzlich Willkommen zurück bei Trine 2! Wir spielen weiterhin in irgendwelchen Schleimen. Irgendwie sieht das ja aus wie so ein Reaktorschleim irgendwie, ne? So ein bisschen, wie soll ich sagen? Springfield, Atomkraftberg. Genau, Homer Simpson am Stissen. Bitte holen Sie und nicht in die... Nein! Nein! Puh! Ist die Frage, ob wir da oben lang sollen oder... Ich glaube wir sollen hier unten lang. Aber das ist keine gute Idee. Nicht? Können wir denn auf diese Dinger da drauf springen? Auf die hier? Jetzt nicht mehr. Ach komm, dann baue ich uns hier ne Treppe rüber, oder? Äh... Also... Also wegen meiner? Wegen... Wegen dir nicht, oder wat? Kannst du denn, äh... Hier so ein... So ein langes Ding... So lang... Äh... Da vorlieg darfst du nicht drinnen draufstehen. Oh, tot! Nein! Muss ich mal hier neben mich stellen, bitte. Ich musste... Oh, sche... War das... Äh... Echt jetzt mal! So... Und hau mal deine verdammten Kisten kaputt. Oh! Nix... Nix passiert! Nix passiert! Nix passiert! Oh man! So... Ist das jetzt groß genug? Ne, ist immer noch nicht groß genug. Aber ich kann das so machen, was auch... Das ist am einfachsten. So machen wir das. Ja, alles klar. So... Äh... Widerlich, was hier alles so... Boah, was ist denn das? Ich weiß es auch nicht. Vorsicht! Nicht, dass du dich vergiftest. Ja. Oh, da oben ist, äh... Speicherpunkt. Da geh ich erstmal hin. So, jetzt gucken wir unten, was hier so ist. Uh! Schon wieder... Ah, hier sind, äh... Wieder Springpilze. Springpilze? Ja, Springpilze. Oh, jetzt hab ich irgendwas kaputt gemacht. Guck mal, wo der Rumpel bleibt. Äh... Ah, der ist wieder schwer am stylen. Äh... Du hast, äh... Aber dafür hast du die Goolies geholt. Ja. Von Dank, äh... Hol ich dich wieder. Hat ich geholt. Oh! Äh... Radioaktive Springpilze. Hm... Was ist... Was mag denn das denn sein, ne? Damit können wir wieder, ja... Kannst du auch ne Planke dran bauen. Könnte man da... Ich wollte die hier dran pieksen. Genau. Warum sollte ich das tun eigentlich? Aber dann können wir da hoch. Und ich weiß nicht, ob das nicht sinnvoll ist. Ja... Vielleicht auch nicht. Hm... Ich werd mal hier versuchen, weiterzukommen. Ja... Ich hab aber langsam wirklich ein ungutes Gefühl. Ich bin schon wieder da an dir. Oh! Ich bin schon wieder da an dir. Oh, was? Du... Blödes Vieh. Was nicht da durch? Haha. Das ist ja unfair. Aber ich bin tot. Oh wirklich? Ja. Dann hol ich uns nochmal. Ja mach mal. Ich werd noch mal versuchen hier die Lösung zu finden. Oh, verdammt. So. Zack. Also immerhin können wir das... Ah, sehr gut. Ähm, nein, nein, nicht schon wieder. Nein. Oh, oh, oh. Wo war das holen? Ja, links jetzt, da links, 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 stopp. Aber jetzt weiß ich mal irgendwie, wie es geht. Jetzt wieder rechts, dann bist du wieder da. So. Man kann das Ding da umleiten, dass die Mocke einem nicht ins Kreuz fließt die ganze Zeit. Mhm. Das kann man machen. Mai jetzt, Mai. So, das Ungeheuer ist weg, das hast du jetzt gar nicht mitbekommen. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Ist mir auch scheißegal, weißt du? Ah, da ist wieder... Äh... Unser Freund das Auge. Äh, ich bräuchte mal Zoe, bitte. Nee, warte. Oh, mit der war ich gerade am springen, da konnte ich mich nicht umstellen. Oh! Der Typ von eben, ne? Von der Runde davor. Ja, bitte. Welche Runde davor? Oh, der uns die Brücke eingekracht hat. Alter, ich bin tot. Das Vieh hat mich erschlagen. Das war jetzt sauer auf Zoe. Oh, aua, aua. Oh, Mann. Oh, alle drei sind tot. Ah, 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 das ging schnell. Uuuuui. Äh, David. Das war ja nischt, Alter. Ja, das war ja nischt. Nischt war das. So. So, hier, warte mal. Ich mach, ich... Ach so, du hast n' Zaubermeier. Aaaaah. Du musst, äh, Geduld. Geduld, Rumpel. Gib mir mal den Zauberer. Du wirst das hier so machen, ne? Das... Ja, genau, das will ich machen. Aber das hält nicht. Na, egal. So, jetzt bin ich auf der Seite. Ja, da ist auch... Nein, nein, nicht springen! Nicht springen! Aaaaah! Ich war doch schon längst, äh, im... im Zug. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich bin weg. Du bist weg. So, ich bin hier wieder bei dem Krakentypen. Ja, du musst das Auge treffen, irgendwie. Oh, mit dem... Dem schmeiß ich immer meinen Hammer ins Auge. Ja, mal. Das doof ist, der schaltet automatisch wieder um. So, ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Das ist so das Problem. Hä? Der ist auf jeden Fall sauer. Das sprosselt auch immer genau, ungeschickt da... hier dieses Zeug drauf. Ja, das ist... Ich mach jetzt... Ich mach ihn mal auf dem Weg, mir ist langweilig sonst. Au. Und tot. Oh, Tatsache! Das ist immer schnell. Was? Was zur Hölle? Was war das denn? So die Zeit, oder was? Ich war auf dem Weg zurück. Und ich bin auf dem Weg zurück. Ne, du bist nicht auf dem Weg zurück. Du bist tot. Ja, dabei ist das passiert. So, jetzt, äh... Ah, jetzt muss ich dann nochmal runter. Und den Mad-Eye holen. Ja, äh... Vielleicht brauchen wir doch... Vielen Dank, vielen Dank. Sehr vielen Dank. Ganz vielen Dank. Vielleicht brauchen wir doch ne Strategie. Ja, die Strategie ist ja unterwegs. Du bist die Strategie, ne? Ich bin die Strategie. Wir haben auch so spannende Musik auf und so. Ja, das bedeutet, dass da was geht. So, ich bin durch. Nein, ich bin nicht durch. Ah, dieses verdammte Vieh, ey. Ah, dieses verdammte Vieh, ey. Diese verdammten Augen. So, ich hab's getroffen. Und jetzt werde ich's nochmal treffen. Mach's mal auf. Ach so, mit Spitzebogen. Ja, ja, genau. Oh, Feinall. Ah, jetzt ist hier das Ding in der... In der... In der... Ich muss da nochmal drauf. Wo ist denn... Wo ist denn das Auge? Auf der anderen Seite. Jetzt bin ich tot, leider. Aber einmal hab ich's getroffen schon. Ich hol nochmal Zoe. Hm. Aber von hier aus kann man das... Oh! Hui, der schiebt einen ja wieder runter. Ja, genau. Genau. Aber ich hab das Auge auch noch nicht mal gesehen. Auf der anderen Seite ist das. Aber wie kann man da hinkommen? Aber muss man da hin? Man muss... Nee, nee. Man muss halt einfach auf dieser Platzform stehen. Während das da so... Widerlich, äh... Oh, Mann, nee. Ich treff das jetzt nicht mehr. Vielleicht muss ich auch das Ding hier treffen. Nee. Uah. Nein. Äh, nein. Ich schon wieder tot. Oh. Ich hasse es. Ich sehe, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht, äh, das Ziel. Muss man nicht auf die linke Seite, oder? Das Ziel ist... Oh, das gibt's doch nicht! Ja, ja, das Ziel ist das Auge. Aber das Auge sehe ich eben nicht. Ja, da kommst du aber nicht hin. Irgendwie musst du was anderes treffen, glaube ich. Kann... 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 Vorsicht! Der wischt dich da wieder runter. Ähm... Vielleicht musst du auch hin. Muss mal auf die andere Seite. Während, äh, das nicht da dich erschlägt gerade. Oh, ich... 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 Ich gehe auch gerade drauf. Oh, shit. Ja. Hammer. Das ist eine schwere Stelle hier. Ja. Super. Also mit Zoe kommen wir hier, glaube ich, nicht mehr weiter. Sondern wir müssen da, äh, entweder direkt hin. Mit Pontius. Sooo... Und... Nach oben. So, ich bin wieder da. Ja, ich bin auf dem Weg noch. Ich musste leider ein bisschen noch abwarten hier. Boink. Shpoink. 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 Oh, das ehrt mich gleich zweimal. Ja. Muss ja auch mal. Oh. Oh, scheiße. Jetzt hier Finale auch noch. Ne, ist noch nicht Finale. Das sieht wie einer von Rosabells Spiegel aus. Rosie? Wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Gehen wir noch alleine? Ja. Gehen wir einfach weiter. Ich komme gleich wieder, wenn du durch den Spiegel gegangen bist. Oh, Alice. Im Wunderland. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabells Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Oh. Oh. Ich danke euch, dass ihr den Koboldkönig erschlagen habt. Jetzt gebt mir den Trine. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Jetzt sitzen wir fest. Na schön, was haben wir denn hier? Die Kuboldtasse, eingeschlossen in unserem Verlies. Ihr kommt niemals raus. Nicht, solange ich euch lese. Ich dachte, ey, scheiße, was ist der Rumpel denn jetzt für eine Stimme? Ja, und jetzt? Jetzt sieht er uns nicht mehr. Oh. Ah. Warte. So, jetzt muss er mal da hoch springen, sodass der uns nicht mehr sieht wahrscheinlich. Warte mal, ich bring die mal ein bisschen tiefer an. Oh. Ein Stalljahr. Da ein Stalljahr. So. Hey. Jetzt geben wir auch mal die Soja. Hä? Wo ist sie hin? Diese Frottling. Hier haue ich die Glocken aus, mein Freundchen. So. So einfach ist es, aus Goblin-Gefängnissen zu entkommen. Hätte das gedacht... Oh, Vorsicht. Hier sind die Fallen. Hm. Hier gibt's lecker Goodies. Dankeschön. Das wollte ich auch grad machen. Nächster Wächter des Todes. Uh. Einer muss aber mal da runter springen und das Ding noch holen. Ah, okay. Uh. Warte. Oh, ich hab ne Mini-Plank. Oh, verdammt. Ja, Alter, musst du aufpassen, sonst geht deine... Ja, ja, ich hab... Ja, ja, ich weiß schon. Ah! Ich sag dir, du musst aufpassen, sonst geht deine... Hände... Entschuldigung. So, jetzt bin ich mal hier oben, aber da drüben müssen wir auch noch hin. Müssen wir da drüben. Gib mir mal den... den Hopuspokus, dann kann ich da mehrere Dinger hinbauen. Ne, das... Oh, jetzt macht er wieder alles kaputt, der Mad-Eye. Alles am Arsch. Alter Schwierm. Der Hammer ist da drauf gefallen, mein Hammer ist da drauf gefallen, da geht immer alles kaputt. Du und dein Hammer. Boah, ich bin tot. Ich rede so wieder nicht, was da passiert. Ich gebe mal hier eins weiter, dann kann... kann ich Ponzius wieder... Nein! Was machst du denn? Oh! Ich weiß nicht, was du möchtest. Oben rechts ist Speicherpunkt, da könntest du Ponzius wiederholen. Oben rechts? Achso! Sprecherpunkt. Wir müssen hier raus, wo immer wir auch sind. Ja. Oh, hier sind wieder Sprengfässer gekommen hier runter. Diese Isabelle lässt die Bäume und Pflanzen zuhause so wachsen? Warum sollte sie so etwas tun? So, jetzt habe ich hier aber richtig Goodies abgestaubt. Aber es war doch Rosadoi, die sie irgendwo eingesperrt hat. Aber Prinzessinnen sollten nett und hübsch sein. Sie sollten sich nicht gegenseitig an den Haaren ziehen oder Königreiche wegen der Krone zerstören. Stimmt, der Ponzius, ne? Hat ja richtig schöne... Oh, warte mal. Ja, lass das mal da... Ah, hier kommt man noch nicht drauf. Noch nicht. Hier oben ist Wasser, wir müssen das da gießen. Ja, das wird wahrscheinlich... Aber ich glaube, wir müssen da rüber. Warte mal. Scheiße! Oh, das fand ich jetzt gemein. Das hier können wir nämlich aufmachen. Ah, ja, aber man muss ja auch doch irgendwie trotzdem bis da rüber kommen, ne? Ja, kommen wir. Oh. Hä? Äh, Entschuldigung. Das hat mir denselben Fehler gemacht. Aber jetzt, äh, hier, guck mal. Vielleicht kann ich mich mit ihr hier dranhängen. Hahaha! So, so sieht's aus. Ey, respect! So. Und jetzt... Jetzt kannst du das da oben wegschwenken. Ist das wegsprengen oder ist das... Ne, ich glaube, das muss ich mit... Oh. Hier, guck mal, so. So. So, jetzt muss ich aber... Warte mal, jetzt muss ich aber als Soja da auch rüber und das, ähm... Ja, genau so. Ja, warte mal, ähm... Wollte ich mal's ganz schnell? Ne, geht nicht so schnell. Warte, ne, warte. Ich mach, ich mach, äh... Gib's mal die Soja. Die Soja willst du haben, ne? So, du bist da runtergesprungen. Einfach mal hier. Ne. Okay. Scheiße. Ja, da muss man schon, äh... Da muss man schon, äh... 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 Es drauf haben, ey. Hahaha. Ach, Menno. Hahaha. Das ist jetzt ganz lustig zu sehen. Ja, warte mal. Wie hast du denn das gemacht? Wie hast du denn das gemacht? Ja, gesprungen und richtig angepeilt, ne? Ja, aber offenbar mach ich das zu früh. Zu spät. Schön. Aber man muss es ja eigentlich auch alleine hinkriegen, ne? Ah, ich weiß schon. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ja, ja. Geh mal auf Pontius. Ach, der mit. Nochmal. Oh, beinahe. Was macht der Rumpel denn da? Wenn ich unten hier ne Kiste drauf tue... Warte mal, ich muss ja hier den normalen Bogen nehmen. Achso, dann geht das Ding hoch. Das stehe. So, jetzt muss ich nur noch das... Ja, warte, dann lass mich doch den... Dann lass mich doch wenigstens die Kiste runter machen. Dann gib mir den Ponsius. Dann hast du dann in Ruhe... Achso, ja. Ist gut. Äh... So. Ah, nicht getrunken. Alle Zeit der Welt. So, jetzt. Kütt. Wasser, kütt. Kütt. Wasser, kütt. Hm, das scheint ne magische Wasserpflanze zu sein, die auch im Winter wachsen kann. Aber die friert ja vielleicht auch. Da hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass das aussieht wie Zähne. Das finde ich tatsächlich auch. Ja, stimmt. Also am Rand, ne? Ja. Oh, hier ist ein Geheimgang. Oh, toll. Oh, ist das schön hier. Ah, wie geil. Das wusste ich gar nicht. Das Spiel ist einfach so nett in den Details. Was habe ich jetzt verpasst, leider? Ja, musst du mal hier gucken. Ja, ich komme. Geil. Der hat sich gerade aufgebaut. Also so richtig auch so alle drei. Super. Super. So, dann wollen wir mal hier. Oh, da ist ein Zahnrad drin. Schau mal da oben. Ja. Ich hole mir das mal. Zu. Ja. Schlitterpartie. Ah, komm schon. Ich will zaubern. Wieso zaubert der nicht? So, endlich.